Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Wir sind jetzt... wo sind wir jetzt? Erkunde Pyramide vom Muttermond. Genau. Mit Karo Stufe... 88. Ah, 87 bin ich. Ja, du hast auch seit Karo gesagt. Ja, wir haben fleißig gequestet. Ich habe auch die Obelisken aufgenommen, aber mein Mikro war aus. Ja, und die Videos konnte ich nicht hochladen. Naja. Und was wartet die Doge? Was macht der denn da? Gott. Elfenhain. Okay. Jetzt habe ich ihn verraten. Vollartig gehabt. Ja, okay. Meinerseits. Ach du, Haus? Mhm. Okay. Was ist das? Was ist das denn? Es sind aber kleine. Es ist ja... Entschuldigung. Ich muss eben... Ich habe den Ton so leise. So. Ihhh, Feuer. Flimmster Gegner von Sturm. Ich habe... ich habe Aufhebe drin. Ich weiß nicht, ob der Tor jetzt zu laut oder zu leise ist. Ich weiß nicht, ob der Tor jetzt zu laut oder zu leise ist. Ja, manchmal habe ich mich doch so laut gestellt, da höre ich mich selber gar nicht mehr. Was hat Caro jetzt für eine Mütze da aus? Keine Ahnung, aber jetzt halt mit ein und ab gehen. Ach, ach Tresi. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Für die ist eine Resi. Die Sturm... Sturmt überhaupt keine Resi. 42. 43. Dein Pet geht aber gut, oder? Ja, heute ist fleißig. Wieso komme ich eigentlich nicht mehr tot? Und pass auf, dass ihr am Leben bleibt. Ja, ich könnte auch mal mein Lebens-Amulett holen, aber da bin ich auch wieder zu faust oder zu schieben. Aber ich will mit Jordan noch bei Malice, der zur Truhe, vielleicht ziehe ich das da. Mhm. Weil man kann das ja nicht tauschen, ne? Mhm. Das ist ja das blöde Ohr, Alter. Was hat der jetzt? Das ist die Kamera vom Pet? Ja. Für mich ist das ein 8er Dadd am Tag. Das ist ja nur ein 8er Dadd am Tag. Was ist das? In der drüben? In der drüben? Ja. Für mich ist das Deutscher. 3x Crypt Damage Kann ich gar nicht sehen Er ist ja das Episch-Pet Wegen dem Crypt jetzt Ah, ich seh's 20, 23, 29 Wer ist noch so unten? Fabian Fabian Feuer, du wirst das bestimmt sehen Fabian ist Stufe 51 Feuer 47 Damage, 29 Risen Ah, 26 Crypt Für seinen Level nicht schlecht Ja In dem Level hatte ich Ich glaub in dem Level hatte ich mir tot noch gar nichts Schon PvP-Ring, Herzstahl Sein Pet kann Rauch, Pfand Fabian, wir sprechen uns nur Äh, jetzt hab ich schon 500 Crypt und Crypt Ja, das ist besser Gibt's auch irgendwo ein Pet mit Rauchwand Jo, hab auch einen Echt? Hm Den äh, Panther Den Tiger da, wo der da runter ist Gibt's auch ein Pet, was Verhängnis kann? Haha, schön Pess Oder Pess? Ja, gibt's Echt? Wer herrscht Pess, gibt's Oder würde ich dem Rauchwand Pess beibringen Ein Einhorn Zehn Resi Und Mürben Das sind noch kleine Das sind noch kleine Luggegner Dann wusste ich ja Wo ist er ran? Immer in die Pose Ich kann ja mal Feli zeigen, weil's so schön ist 109 Damage 12 Ziel 530 Crit 303 Blocke 25 Durchstechen Ja, mir fehlen die Crit Schuhe für Sturm Die hab ich nicht Ja, bei Feli müsste die Elfen Fee raus und ein drittes Crit rein Ja Wär perfekt Ja Die bräuchte auch noch den Dolch Den, der wollte auch mit mir brüten Weißt du, mit dem Pet, was ich von Feli hab Und da hat er mich gefragt, was man da noch drinsteckt Ich so, ja, Elfe Er so, nee, geh weg Ja, die kriegt man schwer raus Ja, Heilung allgemein Die Fee, die Kleine, die kriegst du ganz leicht raus Ja, die ging bei mir auch ganz einfach raus Ja, die hatte ich beim allerersten Mal, war sie raus Da hatte ich Glück, aber Ich hoffe, dass das Petier jetzt nicht auf mega failt Am besten den Damage, dass es die Damage bekommt Quats Arme Karo Hat dich extra so schick gemacht Ja Da hab ich Damien es letztens angesprochen, ne, mit meinem Sturm. Da stand er mit seinem Feuer in der Arena und ich mit meinem Sturm auch. Da hab ich ihn angesprochen. Er so, ja. Ich so, wieso hast du das Medium hochgestellt, bevor du meinen Tod fertig machst? Er so, du machst das? Ich so, ja. Er so, ups. Hat er aber nur gemacht, weil er über 1000 Blank jetzt kam. Er hatte alles ja auch Online-Sturm. Und Mythos. Gott, das schlimmste von allem. Oh, ja. Genau, renn mal rein. Ich mach mein Ding. Ich muss, ja, ich auch. Ich brauch zwei Täuschen, zwei Verstärkungen. Ich mach mein Ding. Dimm-da-dimm. Ne, komm, ich geh jetzt auch rein. Gut. Oh, da findet er ein Gegner. Ja, stimmt, ne? Äh, zweimal kämpfen. Der Mythos. Mhm. Sturm-Eule. Euler. Ich kam vorhin das allererste Mal dazu, ne Eule im PvP zu machen. Ui. Das tut aber auch weh, wenn das durchgeht. So ein Kritt durch, ja? 7000 Shorn. Bei dieser Sarah-Donner-Wolke, oder wie? Kenn ich nicht. Ich kann mir Namen sowieso nicht so gut mehr. Ist auch ne Sturm. Die hat ja mehrere Chars. Das geilste war immer auch die Kassel-Player-Wild-Crap. Weil ich war auch fast tot und sie hatte Schattenpippe. Ich dachte so einfach, hm, haust du einfach. Klingt zum Glück nicht in die Hose. Nein. Klingt zum Glück nicht in die Hose. 100. Das ist ja schlimmer wie mein, Ted. Und schlimmer wie meins. Keine ohne FFVV. Das will ich auch noch auf Neger machen. Wär geil, wenns doch Strömung lernt. Ja. Ja. Keiner wird geschlafen. Ich war schon am überlegen, dass ich mein... Tod nur zum Pflanzen mache. Und Tod nur zum Pflanzen. Wie? Ja, dass ich Tod jetzt nur auf Energierüstung lasse. Und nur Pflanzen mit Tod mache. Ach so. Und Sturm dann als Main-Chuckle. Na gut, wenn ihr jetzt sagt, wir brauchen ne Healer oder so, guck ich da, wo ich bin tot, aber... Oder wir brauchen Anti. Ja, ich hab auch schon schlechtes Gewissen mit meinem Leben. Ich vernachlässige die voll. Ich muss auch mal wieder damit machen. Bisschen PvP oder so. Ja, mein Leben muss erstmal kein PvP machen. Der 1092 Ratings reicht. Ja, mit Leben hab ich bis jetzt immer am besten gespielt, find ich. Mhm. Ich auch. Das sagen auch viele zu mir, Leben ist ne gute Schule für mich. Was ich zwar nicht verstehe, aber... Okay. So, könnte ich jetzt mal ein Schattenpap bekommen. Reicht eine? Ja, mach mal. 200. midnight Wow. Ja. Dänke. 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 Kerschöner, Lookingívik. Ach hör, das reicht. Ja, zweit mal. Ah, jetzt kommt der Mythos. Schärf die Klingelgoldkarte, geil. Ne, jetzt sei der Richter. Erdbebengefahr und so. Aber die töte da vom Anfang. Ja, die Klingel hab ich zweimal. Ich hab bestimmt erstmal ne Runde Stun, aber ich doch. Ach mann. Ich freu mich doch nicht so an. Aber die Karte hab ich immer mit Bell benutzt, wo ich noch nicht das Ammu hatte von Morgante. Ich hab die immer betäubt. Oder diesen Baum. Der betäubt ja auch. Und ne Duse. Ich will meine Klingel jetzt noch nicht machen. Das ist gefährlich, ne? Mhm. Eieiei. Komm, wer hat mal deine Hübs los? Macht er extra? Ja. Der hat sich gedacht, ich mach jetzt den Froschen da nochmal hier Erdbeben. Guck mal auf, der hat bestimmt noch ein Nachbeben. Boah. Und davon hab ich noch 50 Gold da. Boah. Reicht für Turniere. Ich kann. Das würde uns bestimmt ein bisschen weiterhelfen. Ich kann Anna mal fragen, wann die PvP äh die Turnierwoche ist. Die nächste. Die wissen das ja schon im Voraus. Ja. Aber pscht. Jaja, nix sagen, ne? Streng gar nicht. Wann war das denn letztes Jahr? War das nicht so zu Halloween? Zu Halloween rum, ja. Ist ja auch bald. Ist auch nicht mehr lange. Okay, ich könnte er hauen. Ja, ich hab ein 80er. Ich warne dich, Alter. Machst du Erdbeben. Ich war... Na... Ach ja. Ach gut. Killer. Oh. Ey, der soll ja mal ein PvP so aufmachen, ne? Aber ich freu mich schon dann im Dezember auf die Juwelen, ey. Ja. Aber ich hab Angst, dass ich das nicht checke. Der Sturm wird so böse. Die muss man doch farmen, oder? Die muss man farmen. Die kannst du aber auch aus Sets. Kannste sie auch ziehen. Muss man dann bestimmte haben? Oder sind das nur die gleichen Juwelen? Naja, also es gibt, wie gesagt, für Sturm zum Beispiel verschiedene Juwelen. Okay. Zum Beispiel jetzt... Oh, kein Kripp. Und die macht man dann einfach auf die Rüstung drauf? Auf die Rüstung einfach drauf, ja, ja. Gibt's auch eine begrenzte Anzahl von Juwelen, die man dann aufmachen kann? Immer einen. Okay. Mehr nicht. 700 Leben, das ist ein R. Mach jetzt einen kleinen Schlag durch weg. Ich bring mich um. Nein! Und das hab ich mal gemacht, als der Gegner auf mich täuscht und alles drauf geballert. Und ich hab Opfern gemacht. Ich wollte eigentlich Ermächtigung machen. Was mach ich? Ich mach Opfers. Oh, Mann. Ey! Eicher. Ja. Yeah, 88. Super, dann kannst du halt gleich deine... ...Quest machen. Ja. So, das war's, ne? Fertig? Mhm, der Dungeon ist fertig. Ach, da können wir raus. Ich geh mal eh mit dem sprechen. Ja, jetzt komm ich nicht raus, weil du nicht raus hattest. Ich komm hier nicht raus. Okay. Du willst warten. Ah, jetzt. So. So, da habt ihr ein Pech, so hat die wir jetzt auch fertig. Yeah, ja, ja. Gut, dann kommt noch Shibalba danach, ne? Irgendwann. Ich weiß noch nicht, ob ich das aufnehme, weil ich davon ja schon ein Video hab. Vielleicht nur der ganz, der entgehe ich, ne? Dann ab da. Ja, genau. Okay, dann sag ich bis zum nächsten Mal.